hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch grüßen es ist schon später stund und zur nacht da ist es ganz schön rund denn der tobi hat haribo vom mund oder so ähnlich ja also ja herzlich willkommen ich darf euch begrüßen und zwar zum fiddlesticks teaser gameplay skills release und was auch alles immer ja zuerst gucken wir uns ich würde sagen wir fangen einfach direkt an und gucken uns erst mal das video an das hat wahrscheinlich schon viele gesehen aber es gibt mehr keine angst leute es gibt mehr es gibt mehr so fangen wir an mit dem video das sind vier Hey, Tedrick! Tedrick! Help me! Duh! Da! Also, ähm, das war kein First React, ich hab das schon mal gesehen, aber holy shit, ist das cool, jetzt mal wirklich. Also dieses, dieses Help me, gibt mir so richtigen Gänsehautmoment, das ist so richtig, wah! So, ähm, also, das muss ich nochmal ganz kurz einfach. Help me! Ah, das ist so, wah, wah! Ähm, richtig gut gemacht, also find ich richtig, richtig schön den Trailer. Oder Teaser, Cheater, Trailer. Ähm, wunder-, wundervoll gemacht. Ähm, auch in schöne Qualität. Ganz ehrlich, ein Horrorfilm, ich wäre sofort in, quasi. Wär ich sofort dabei. Ähm, man kann auch schon ein bisschen seine Skills hier sehen, man könnte so ein bisschen predikten, ja, hey, der wird sowas und sowas und sowas und sowas können. Aber, weil wir natürlich jetzt schon sehen, was er kann, gucken wir uns das direkt an. Das heißt, wir kommen jetzt zum Gameplay. Und bevor wir analysieren, gucken wir. Ja, ihr wollt ja immer erst, dass ich guck und nicht immer anhalte. Also, go! Also, das hier sind die Skins. Ähm, fahrrad. Fangen wir einmal vorne an. Grundsätzlich. Was kann Fiddlesticks? Er sieht erstmal ziemlich cool aus. Ähm, also, er hat seine Passive, das sehen wir hier. Das sind diese Puppen und das hat man auch im Trailer, beziehungsweise im Teaser gesehen, dass er ja quasi so eine Illusion von sich erschaffen hat. Und da habe ich ja damals schon ein Video drüber gemacht, dass Fiddlesticks die Möglichkeit bekommen wird, die Gegner zu täuschen. Die Frage zwar natürlich gewesen, hey, wie macht er das? Und das ist eine ziemlich coole Idee gewesen, muss ich sagen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie es funktioniert, weil so viele Informationen haben wir jetzt noch nicht, aber er kann mit seiner Passive quasi Klone von sich erstellen. Und die stehen jetzt irgendwie erst mal. Jetzt ist natürlich die Frage, man sieht jetzt hier nicht, hey, A, wie viele von den Dingern kann er stellen? B, vielleicht finden wir auch ein paar von diesen Dingen raus, die ich jetzt einfach frage. Geben diese Dinger Vision? Weil das wäre extrem wichtig. Was diese Teile auf jeden Fall geben, ist, ähm, True Vision für eine kurze Zeit auf jeden Fall. Hier kommt ein Auge drüber über diesen, über diese, bleibt das Auge? Müssen wir mal ganz kurz. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es bleibt. Auf jeden Fall konnte er ja in diesem einen Clip ein Ward zerstören. Ja, und das heißt, die Popen, da müssen wir gleich nur drüber reden, geben die Möglichkeit, Ward zu zerstören. Also, die geben auf jeden Fall für einen kurzen Moment Vision. Ob sie die ganze Zeit Vision geben, weiß ich nicht. Wie lange bleiben sie auf der Map, wissen wir leider auch nicht. Das heißt, uns fehlen so ein paar Details, muss man safe sagen, aber... Und wie viele kann er davon stellen? Äh, grundsätzlich. Natürlich, hier muss man sagen, ja, hey, okay. Also, wow, also, wow, okay. Also erstmal gibt es natürlich die Möglichkeit, zu sagen, okay, man läuft durch den Jungle und hey, das ist eh der Falsche. Hey, das ist eh der Falsche, aber, ähm, ich weiß ja nicht, wie das mit Viertelsticks ist. Ich denke mal, wenn man nur stehen bleibt, wenn man Stop drückt, dann bleibt der auch so stehen. Das heißt, rein theoretisch könnte dieser Viertelsticks schon der echte sein. Könnte rein theoretisch sein. Und dann macht der jetzt ein 4 und Ultimate oder 4 und Sauersorgen. Jeder Viertelsticks könnte rein theoretisch der echte sein, wenn man wirklich so 100% gerade stehen bleiben kann. Wie eine Vogelscheuche. Das ist wichtig. Ich glaube aber, das geht. Das heißt, ne, jeder, das ist insane. Ich weiß ja nicht, ob man nur 2 stellen kann. Kann man 3 stellen, kann man 4 stellen, kann man 5 stellen, kann man 6 stellen. Ähm, was jetzt wichtig ist, was noch dazu kommt, ist, hier sehen wir, ähm... Also, ich weiß jetzt nicht, ob er aus dem Busch gelaufen ist und wir deswegen Vision bekommen, aber ich glaube, er ist immer noch im Busch stehen geblieben. Gehe ich jetzt einfach... Vielleicht ist er auch rausgelaufen. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat einfach nur angefangen zu casten. Das bedeutet, ja. Das bedeutet, sobald er zaubert, kriegt man Vision von ihm. Gehe ich jetzt einfach davon aus. Das heißt, ich spekuliere so ein bisschen hier um den 3. Brei. Aber sobald er castet, bekommt ihr Vision von ihm, was euch natürlich die Möglichkeit auf Counterplay gibt. Allerdings, und das ist auch eine gute Idee, finde ich. Weil oft wirst du halt, er ultet, fiert dich direkt nur bis tot. So hast du Counterplay. Du kannst sagen, okay, er ultet, ich kann jetzt wegflashen. Ich kann mein Dash, mein Escape, was auch immer ich habe benutzen. Allerdings, die Counterpart-Seite, die ich hier sehe, ist, der Channel ist viel kürzer. Er fängt jetzt an und ist jetzt da. Also, die Channel-Time deutlich geringer. Hätte ich jetzt erstmal so gesagt. Er macht natürlich hier ordentlich Damage. Oh, stopp mal. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Seine Sense macht er hier auch noch. Er macht von hier oben bis nach da unten seine Sense. Die geht insane weit. Das ist sein E-Spell. Ähm, das geht ja insane weit. Er trifft zwar nicht, aber es geht richtig weit. Von hier. Also, die Range ist gigantonisch weit. Heiliger. Jetzt flasht er und saugt raus. Plus 4. Ähm, weiter im Text. Weiter im Text. Hier sehen wir, dass er mit den Puppen die Wads zerstören kann. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das ist broken und unfair. Damit kannst du überall alle Wads wegmachen. Jetzt, dazu müssen wir natürlich mehrere Dinge erstmal wissen. Zum Beispiel, ähm, wie hoch ist der Cooldown auf den Puppen? Kann er die Puppen permanent machen? Also, oder, ähm, immer wieder machen? Oder, ähm, wie lange geben die Permanent Vision? Et cetera, et cetera. Es macht aber Sinn. Also, im ersten Moment dachte ich, wow, so unfair. Wow. Aber es macht einfach Sinn, weil, wenn du jetzt irgendwo durch den Jungle läufst und da Puppen platzierst, okay, ich meine, vielleicht könnte man auch so... Äh, stopp, ich bringe erst mal einen Punkt. Und Puppen platzierst und der Gegner einfach sieht, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal den Vollidioten Fiddlesticks an. Der versucht da irgendeine Trap aufzubauen. Dabei können wir komplett sehen, was der Vollidiot da macht. Und dann kannst du halt sehen, okay, hey, das ist der falsche Fiddlestick. Die können wir gleich einfach richtig angreifen, ein richtiger Volldrodel. Aber, ich meine, vielleicht wäre das ja... Also, damit diese Illusionen funktionieren, ist es eben wichtig, dass der Gegner dich nicht sieht. Und deswegen hat er anscheinend diese Anti-Vision bekommen. Jetzt ist natürlich... Aber hätte man auch sagen können, ja, okay, wenn es eben so wichtig ist, dann musst du halt unbedingt mit dem Red Tranket spielen. Aber, ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass im Late Game Fiddlesticks halt zu schwierig wird. Und ich meine, lasst uns mal kurz einen anderen Punkt ansprechen. Ich meine, okay, Niko hat so eine ähnliche Passive und sie kriegt ja auch nichts. Weil bei Fiddlesticks kann man sagen, abgesehen von der Täuschung wird er wahrscheinlich nichts bekommen. Er kriegt keine Bonus-Armor, Bonus-AD, Bonus-Schaden, Bonus-Lauftempo. Er kriegt so gesehen nichts. Also nichts auf dem Papier. Er kriegt nichts. Er kriegt halt eine Täuschung, die man jetzt nicht vom Wert her bestimmen kann. Und deswegen ist es vielleicht okay, wenn er dafür die Möglichkeit bekommt, Wards zu clearen. Ich meine, warum sollte ein Champ nicht die Möglichkeit haben? Wobei das halt ziemlich broken sein könnte ein bisschen, ne? Aber wir wissen noch keine Genauigkeit. Gut. Ähm, geht das auch mit der Zeit weg? Lass mal kurz gucken. Ich glaube nämlich ja. Ja, okay, wissen wir nicht. Sein 4. Sein 4 kann der werfen. Das heißt, es ist ein Projektil. Das heißt, ähm, Yasuo kann das blocken, actually. Und man kann das sogar ein bisschen flashen. Das heißt, auch gegen den 4 hat man etwas mehr Gameplay. Klar, du kannst ihn nicht flashen im Sinne von, ähm, dass es dich nicht trifft. Aber du kannst halt davor weg flashen und den 4 delayen, dass er dich nicht sofort trifft. Als Tristaner kannst du zum Beispiel in dein Team reinspringen. Dann fliegt dir das Ding zwar hinterher. Aber, äh, du bist erstmal vielleicht in deinem Team noch drin. Anstatt sofort gefiert, um zu sterben. Das heißt, auch hier hat man mehr Counterplay, was ich wichtig finde. Der 4 hält, so wie sich das anfühlt, immer noch insane, ultra, giga lange. Hier sehen wir, dass der Spell, so ähnlich wie bei Yasuo's E, einen internen Cooldown-Time hat. Das heißt, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob man das bestätigen kann, dass der Viertelvier keinen Cooldown hat. Ich glaube schon, dass er Cooldown hat, aber habe ich nur so gehört. Aber dafür hat er halt einen internen Cooldown. Das heißt, du kannst jetzt halt, wir können ja mal gucken, ne, ja, eine gewisse Zeit den Gegner nicht fielen. Auf jeden Fall, eine gewisse Zeit, ne, das sind so 10 Sekunden oder so. Die Frage ist natürlich, ob der Viertelvier irgendwas macht, ob er noch Damage macht oder so. Also, wenn man ihn trotzdem auf das Ziel wirft. Ob da irgendwas passiert, weiß man nicht. Ähm, ja, seine Aussaugung, er kann Beautiful, ne, Bountiful, okay, Beautiful wäre auch harsch gewesen. Drei Leute gleichzeitig aussaugen, vielleicht sogar viel, vielleicht sogar mehr. Es sieht so aus, vielleicht ist das nur ein Animationsding. Ähm, vielleicht weiß man nicht, dass der, dass man an Champions mehr aussaugt. Das heißt, es sieht hier so ein bisschen rot aus und hier ist nur so schwarz. Ähm, das heißt, ob man jetzt an Champs mehr aussaugt, ich gehe mal sehr stark davon aus als bei Minions. Das heißt, hier wird man nicht so viel bekommen. Sein Jungle Clear, und das ist der Hauptpunkt, wird dadurch insane gut werden. Er kann dadurch richtig viele Camps gleichzeitig clearn. Aber ich denke, dass er nicht mehr nonstop saugen kann. Dadurch ist die Mechanik weg. Das heißt, du kannst nicht permanent im Jungle nonstop die W drücken, sondern es hat mehr Cooldown. Dann gehe ich einfach mal von aus. Und dadurch hast du jetzt aber die Möglichkeit halt besser AOE die Camps zu clearn. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass wenn du ein Ziel triffst, es halt mehr saugt, als wenn du drei Ziele gleichzeitig triffst. Ich denke mal auch, dass es so sein wird. Ähm, ja. Dann kommt die E. Die E hat erstmal giga viel Range und scheint relativ groß zu sein. Und ich denke mal, die wird, man sieht es nicht so gut, aber ein bisschen kleiner, oder? Wird sie kleiner? Könnte sein. Ja, aber vielleicht auch nicht. Das Wichtige bei diesem Spell ist, er islaut. Man sieht das hier. Er islaut. Nicht zu groß, aber ich denke mal so 40% oder so. Vielleicht sind es auch 50%, weiß ich nicht. Und er unterbricht, also jetzt müssen wir gucken, er unterbricht auf jeden Fall Channeling. Vielleicht silenced er auch. Das heißt, ne, das hier ist ja eigentlich, ist es die Frage, ist das das offizielle Emote für Silence? Oder müssten da noch drei Punkte drin sein? Aber die Frage ist natürlich, also Interruption ist es definitiv, aber die Frage ist halt, warum ist es jetzt immer noch da? Müsste das nicht eigentlich jetzt weggehen? Deswegen gehe ich fast davon aus, dass es ein Silence ist. Ich meine, er hatte vorher auch ein Silence, oder? Einen Silence ohne Counterplay. Hier haben wir einen Silence, wo man gegen, also erstmal kann er einfach das ganze gegnerische Team machen. mit einem Schlag Silence und was stark ist. Klar, die Möwe konnte das auch so ähnlich, aber... Hattest du auch keinen Counterplay gegen die Möwe? Nicht so richtig, ne? Hier hast du wieder Counterplay. Das muss man einfach immer highlighten. Das ist nämlich für Riot manchmal wichtig, manchmal aber auch nur, dass Champions viel Counterplay haben. Und das sehe ich bei Viertel 6 gerade sehr, sehr viel. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Silence ist, weil das Ding ist immer noch da. Es ist ein Silence, sage ich einfach mal. Aoe! Ähm, ja und die Ultimate... Macht Damage, gehe ich einfach davon aus. Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Ähm... Ja, jetzt ist natürlich die Frage, also ich kann mir halt... Wie gesagt, der Champ könnte... Du hast hier Counterplay gegen den Champ, aber er sieht erfrischend geil aus. Ich meine, der alte Viertel 6 sieht richtig scheiße aus, einfach mal ehrlich. Er hat ein cooles Kit, gerade die Passive. Die Passive ist natürlich so wie bei Nico. Es gibt Nico-Spieler, die sind einfach komplett insane und carryen das ganze Game, indem sie eine richtig schöne, ähm, Klon-Ultimate in dein ganzes Team... Du machst die ganze Zeit Klon, 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 Klon und irgendwann ist es dann doch nicht der Klon, sondern der echte. Und alle so, ja, ist eh der Klon und zack, komplette Team tot. Und so ist das auch mit den Puppen und ich finde, das ist eine coole Mechanik. Und wir sehen ja jetzt auch hier... Ne, er steht jetzt quasi wie eine Puppe, also er kann... Oder stand er? Oder hat er gecastet? Ich weiß nicht. Ne. Er kann quasi... Ne, wenn er nichts macht, kann... Ach ja, egal. Er kann ja quasi wie so... Stillstehen wie so eine Puppe rumstehen. Sehen wir das noch? Ja, hier. Ne, da sehen wir es. Er steht quasi rum wie so ein Klon. Es könnte quasi ein Klon sein. Es könnte doch der echte sein. Wir wissen es nicht. Ähm... Ja, wir können mal kurz seine Skins angucken. Da bin ich gespannt. Das ist... Ähm... Oh, das ist der Briten, ähm, Dings da. Hier, Brexit-Fiddlesticks. Der sieht zwar scheiße aus, aber gar nicht mehr so scheiße. Damals sah er richtig scheiße aus. Das hier ist... Weihnachtsbaum-Fiddl? Überraschungs-Fiddl oder so ähnlich? Ne, das ist... Äh... Christmas-Fiddl. Fiddl-Sugarsticks. Das ist dieser, ähm... Shurima. Project. Der sieht eigentlich genauso aus wie der alte. Ne, kann er gar nicht. Der alte Fiddlesticks sieht ja ganz anders aus. Ha! Aber sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Kürbis-Sticks, ja. Oh, der sieht sogar auch cool aus. Der Spectral-Fizz. Fizz. Piraten-Fizz? Wo ist denn der... Der Überraschungs-Fizz? Äh... Fiddl-Fizz. Äh... Der da? Zehn? Oh, ja. Ähm... Ja, außerdem gibt's noch ein kleines. Ähm... Wahrscheinlich wird es die meisten nicht interessieren. Aber es gibt einen Soundtrack. Das Champion-Theme. Oh, ich vermiss das voll. Das gibt's gar nicht mehr, ne? Damals konnte man immer, wenn du eingeloggt hast, war der Champion hinten im Hintergrund. Und so richtig coole Sachen. Das gibt's gar nicht mehr. Voll schade. Das war voll cool. Ähm... Champion-Theme. Also die Musik. Holy shit. Creepy. Ah, das hat geknackt. Eigentlich auch. Too late. Also giga-creepy auf jeden Fall. Ähm... Ja, wird cool. Hat viel Counterplay. Ich freu mich drauf. Ähm... Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu sagen. Ich wünsch euch einen wundervollen Abend. Wir sehen uns dann bald wieder. Auf Wiedersehen. Goodbye. Und Tschüssikowski. Ich hab euch lieb. Rau. Kleine Frage. Kann man eigentlich... Wichtige Frage. Kann man eigentlich YouTuber noch schreiben? Also... Ich wusste... Damals gab's private Nachrichten. Und dann konnte man so... Da waren da so... Dann konnte ich da sehen. Ja, hey, XY hat dir was gefragt. Oder geschrieben. Und... Also so richtige private Nachrichten. Und... Irgendwie seit YouTube geändert worden ist, gibt's... Hab ich das gar nicht wiedergefunden. Das heißt, falls ihr mir mal irgendwie geschrieben habt, tut es mir übel leid. Ich hab's gar nicht mehr gesehen. Ähm... Falls ich nicht geantwortet hab, bitte. Hasst mich nicht. Ähm... Aber... Gibt es was noch? Kann man YouTubern schreiben? Ich weiß es nicht. Ja, ähm... Auf Wiedersehen. Ich wünsch euch was. Und later. Tschüss. Tschüss.